Traut du dich nicht? Traut du dich nicht? Traut du dich nicht? Jetzt sitzt der Lacki drauf auf deinen Kopf. Geh auf die Waage, heute ist Wiegeltag. Guck mal draus. Mal gucken ob du ein paar Flugspinnen extra brauchst. Guck uns jetzt so mopsig wärst du. Komm derjenige der zuerst drauf geht kann das rotes Stück behalten. Ne Leute ich meinte auf die Waage nicht auf meinen Kopf. Das habt ihr falsch verstanden. Also drei mal auf den Kopf bei mir ist auch mir ein bisschen zu viel. Ne? Ich weiß nicht. Eeeh Das war's für heute. Das kriegt man nur, wenn man da drauf geht. Was soll ich machen? Soll ich mich da selbst drauf setzen oder was? Das war mal nicht gewettet, mein Freund. Wo ist das größte Stück da? Das haben wir nicht mehr gegessen. Das ist super schön. Das ist das größte Stück. Das ist das größte Stück. Das ist das größte Stück. Warum schiefst du wieder? Warum schiefst du wieder? Hi. Pass auf. Warum schiefst du wieder? Pass auf. Ja! Super! Jetzt müssen wir klicken. Super, Lucky. Wie geht es mit dem Klick? 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 Ich glaube, das ist ein Rahmen. Super hast du das gemacht, Lucky. Wie geht es mit dem Klick? Ja? Soll ich spielen. Wie geht es mit Klick. Wie geht es mit Klick?